Seit 1992 bieten wir Ihnen bestmögliche Zahnbehandlungen mit ZEREC, vollkeramische Füllungen, Kronen und Brücken ohne Abdruck, in einer Sitzung. Mit Implantaten, künstliche Wurzeln für festen Ersatz fehlender Zähne. Mit Hypnose und Vollnarkose, schöne Zähne, ganz sanft, wie im Schlaf. Mit zahnärztlicher Chirurgie, schonende Entfernung von Weisheitszähnen, Wurzelspitzen und vieles mehr. Mit Parodontitis-Therapie, feste Zähne, ein Leben lang. Mit Prophylaxe, gesunde Zähne, ein Leben lang. Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre Wünsche. Wir freuen uns auf Sie!